Jamila sagt, wir müssen wissen, wie alles geht. Wir müssen üben für später, für das echte Leben, damit uns keiner was kann. 8-9-Stunde Ethik ist heute ausgefallen. Uns ist echt heiß in unseren Klamotten. Eigentlich mache ich das ja nie, aber... Eigentlich. Wollen wir sowas auch nie. Du Opfer! Was will der? Wir sehen uns dann im Herbst. Endloser Sommer. Wir lassen uns deflorieren. Hä? Entjungfern. Wir suchen uns die süßesten Typen der Welt und gehen mit denen ins Bett. Finde ich gut. In der Nacht zeigt sich unser Glatz. Alle drehen durch und es wird getast. Wir sind wie ein guter Hund. Jetzt kommt das Beste. Woher kommst du denn genau? Aus dem Irak. Du hast einen Brief bekommen. Komm aus, dein Amt. Wo? Ich schwöre, dass wir für immer zusammenbleiben und du mich niemals allein lässt. Ich würde nie Deutsche werden. Scheiß auf Deutschland. Es ist doch scheißegal, ob ich abgeschoben werde. Mann, es geht nicht immer nur um dich. Du kannst ja niemanden lieben, der dir so wehtut. Natürlich kann ich das. Siehst du doch. Lass uns irgendwas machen. Was Schönes. Sie verschwindeln einander und die Luft flütteln. Ich fliebe voll. Ich will, ich will, ich will. Ich will. Sie verschwindeln einander und die Luft flütteln. Ich fliebe voll. Ich will, ich will. Ich will. Ja, komm her. Ich wollte vor der Luft nicht. Und was machen wir den Rest der Ferien?